Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich finde es sehr schön, dass du heute zuhörst, denn heute geht es um ein wunderschönes Thema, was gerne aber auch schnell übersehen wird als einen absoluten kleinen Kniff für deinen Alltag, um dein Leben wirklich ganz schnell schöner zu machen und dir ein besseres Lebensgefühl zu geben und zwar ganz direkt. Ich bin Alja, ich bin dein Podcast-Host, ich bin Coach und Trainerin und spreche in diesem Podcast über Themen der persönlichen Weiterentwicklung, unter anderem Stressresilienz, Beziehungen, Beruf, Berufung finden und wie du dein Leben tatsächlich ganz konkret jeden Tag ein kleines Stückchen schöner, besser und leichter machen kannst. Denn das ist das, was wir auf dieser Welt viel mehr brauchen, glückliche Menschen. In dieser Podcast-Folge gebe ich dir ganz konkrete Hinweise und Tipps zum Thema Dankbarkeit, wenn gleich dieses Thema sich vielleicht erst mal recht dröge anhört und man sich vielleicht denkt, was hat denn Dankbarkeit mit einem glücklichen Leben zu tun? Ich kann ja einfach nur sagen, seitdem ich Dankbarkeit in meinem Alltag praktiziere, hat sich mein Leben wirklich radikal ins Positive verändert. Warum das so ist und wie du es auch in deinem Leben etablieren kannst, darüber spreche ich heute mit dir. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Gib mir gerne ein Like bei YouTube, abonniere gerne meinen Podcast-Kanal. Ich freue mich über Follower, damit diese schönen Botschaften noch mehr Menschen erreichen. Vielen Dank auch an alle Hörer aus dem Ausland. Ich habe gesehen, dass es Leute aus Sri Lanka gibt, die zuhören, aus Australien, aus Amerika, aus China, aus Japan. Also sehr, sehr herzlichen Dank, wer auch immer du bist. Jetzt geht es aber los mit meinem Podcast zum Thema Dankbarkeit. Das systematische Studium der Dankbarkeit begann so um die 2000er, als die positive Psychologie Einzug hielt in den allgemeinen Trend der Zeit sozusagen. Dankbarkeit, was ist das eigentlich? Ich habe mal einen ollen Wikipedia-Artikel rausgekramt. Dankbarkeit wird dort so beschrieben. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Man kann dem Göttlichen, den Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein oder allen zugleich. Geschichtlich gesehen stand und steht die Erfahrung der Dankbarkeit im Blickpunkt einiger Weltreligionen. Und so weiter und so fort. Was aber Dankbarkeit tatsächlich ist und wie sie sich anfühlt, das kann man wirklich nur am eigenen Leib erfahren, wenn man sie tatsächlich praktiziert. Bei mir am Kühlschrank hängt ein schlauer Spruch von einem Tee. Du kennst die sicher auch, diese kleinen Papierschildchen von Yogi-Tees und wie sie nicht alle heißen. Und da hängt ein Zitat von Francis Bacon. Da steht drauf, nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und genau das ist der springende Punkt. Denn was Dankbarkeit eigentlich macht, ist, deinen Fokus zu verschieben. Es ist nämlich gar nicht so schwer, ein glückliches, erfolgreiches und schöneres Leben zu führen, als das, was du vielleicht bislang führst. Das heißt, Fokus verschieben eben ein bisschen weg von dem, was vielleicht in deinem Leben gerade nicht so rund läuft, was vielleicht nicht passt, hin zu dem, was jetzt schon alles gut ist. Was du vielleicht manchmal als selbstverständlich erachtest, eben weil es täglich da ist, weil es vielleicht zu deinen Routinen gehört. Wusstest du, dass, ich habe mal die Zahl gelesen, ich habe sie mir nicht mehr so genau gemerkt, aber das bestimmt ein Drittel der Weltbevölkerung auf Toilette geht im Stehen. Das heißt, wenn du einen Sitz unter deinem Hintern hast, wenn du ein Geschäft erledigst, bist du schon wirklich reich und gehörst auf jeden Fall zu dem einen Drittel der Weltbevölkerung, die reich sind. Das ist jetzt ein lustiges und vielleicht auch absurdes Beispiel, aber einfach dafür dankbar zu sein, dass du deinen Hintern auf eine Kloschüssel betten kannst, finde ich, lohnt sich da doch schon mal beim täglichen Toilettengang drüber nachzudenken, wie dankbar man dafür sein kann, oder? Aber Spaß beiseite. Erstmal die Frage, warum ist Dankbarkeit eigentlich so schwer? Denn wahrscheinlich kennst du auch die Menschen, die immer das Haar in der Suppe suchen, die herumjammern, die nicht zufrieden sind, die immer nur den Fokus auf das richten, was einfach nicht gut läuft in ihrem Leben. Oder die sagen, naja, ist halt nicht perfekt, aber ja, was soll's, ist halt so. Und irgendwie ziehen einen solche Kommentare runter, oder? Das heißt, diese Menschen richten eher ihren Fokus auf die Defizite, auf das, was nicht gelingt, auf das, was sie in ihren Augen als negative werten. Warum das so ist, ich habe da schon sehr oft in meinem Podcast drüber gesprochen. Es ist tatsächlich auch ein Teil unseres neurobiologischen Chemie-Mixes im Gehirn, der uns dazu anleitet, eher unseren Fokus auf das Negative zu richten. Evolutionsbiologisch ist das so, dass es natürlich wichtig für unser Überleben war, wenn wir direkt mal die ganze Umgebung auf Gefahren abgescannt haben. Das heißt, uns sind diese negativen Dinge eher im Gedächtnis hängen geblieben. Wir haben sie eher registriert als die positiven Dinge, die sowieso gut laufen. Unser Gehirn fokussiert sich siebenmal stärker auf die Dinge, die negativ sind. Einfach, weil es evolutionsbiologisch so ist, dass es unser Überleben sichern will. Denn wenn wir einen Säbelzahntiger sehen und wahrnehmen, ist es für unser Überleben deutlich wichtiger, diesen Säbelzahntiger schnell zu entdecken, als die bunte Blume am Wegesrand, die wir bewundern wollen. Das heißt, im Prinzip kannst du gar nichts dafür, dass du manchmal undankbar bist. Und das ist doch schon mal etwas Positives und dafür kann man auch durchaus dankbar sein. Denn man ist ja nicht per se ein Grießkram. Wichtig ist nur, dass man sich dessen bewusst ist, dass man immer wieder sich klar darauf konzentriert, auf das Schöne im Leben. Besonders auf die Dinge, die im Alltag immer wieder da sind und vielleicht auch zu deinen Routinen gehören. So, dass natürlich unser Gehirn auch versucht, Energie zu sparen, insofern, als dass es diese Routinen einfach schon als Routinen abgespeichert, abgelegt und etabliert hat in deinem Kopf. So, dass da der Fokus einfach nicht mehr drauf ist und auch die Energie deines Gehirns da nicht mehr drauf ist. Das heißt, wir müssen ganz explizit unseren Fokus immer wieder auf das Gute in unserem Alltag auch lenken. Auf das schöne Bett, was wir haben, auf warme Temperaturen im Winter in unserem Zuhause. Überhaupt, dass wir eine Wohnung haben oder vielleicht eine Toilette, auf der wir sitzen können. Dass wir genug Geld haben, um uns Klamotten zu kaufen. Also wirklich auf die ganz banalen Dinge. Auf die kann man schon mal seinen Fokus legen, denn dafür können wir definitiv dankbar sein, weil wir sind damit reicher als viele, viele andere Menschen auf dieser Welt. Und vielleicht kennst du auch diese Momente, wenn du so richtig genervt bist, wenn irgendetwas richtig blöd gelaufen ist in deinem Leben. Du hast eine Präsentation verpatzt, dein Partner hat dich verlassen, dein Job wurde dir gekündigt oder du hast Ärger mit deinem Chef, deiner Chefin, deine Kinder tanzen mit dir mal wieder auf der Nase rum. Genau in diesen Momenten kommt man jetzt nicht unbedingt auf die Idee, ganz automatisch für etwas dankbar zu sein, richtig? Deine Gedanken kreisen dann wie verrückt in einer Dauerschleife um die Dinge, die richtig scheiße gelaufen sind. Aber genau dann ist praktizierte Dankbarkeit eine ganz, ganz wichtige Entlastung, eine ganz wichtige Fähigkeit, die du wirklich jeden Tag praktizieren kannst. Denn gerade in schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, unseren Fokus auch immer mal wieder wegzulenken von dem, was gerade nicht so toll läuft, hin zu dem, was wirklich schön ist, was für Geschenke wir in unserem Leben haben. Und ja, wie dankbar wir einfach für unser Leben per se sein können, zum Beispiel auch für unsere Gesundheit. Gesundheit ist auch so ein Phänomen, wir nehmen unsere Gesundheit nicht wahr, erst dann, wenn wir krank sind. Und da kann man doch viel schneller mal einfach dankbar sein für seinen gesunden Körper. Ich möchte jetzt einige Tipps mit dir teilen, wie du Dankbarkeit stärker in deinem Leben etablieren kannst und vor allen Dingen Dankbarkeit konstant jeden Tag in deinen Alltag integrierst. Denn durch diese tägliche Praxis ist es so, dass sich dein Energielevel, deine Ausstrahlung, deinen positiven Blick aufs Leben exponentiell nach oben steigert. Und du wirst automatisch schönere Dinge wahrnehmen, dadurch auch schönere Kontakte haben, zum Beispiel im Außen und ganz einfach viel mehr schönere Dinge in deinem Leben manifestieren können, also in dein Leben ziehen können. Denn wenn deine Grundenergie eher im positiven Bereich ist, ist es ganz klar, dass dir auch immer mehr positive Dinge im Außen begegnen werden. Tipp Nummer 1. Ich stelle dir hier eine wirklich geile Hammerfrage, die du dir immer mal wieder auch in deinem Alltag stellen kannst. Das hilft dir, den Fokus auf das zu richten, was gerade jetzt in deinem Leben wundervoll ist. Was würdest du schmerzlich vermissen, wenn du es nicht mehr hättest? Das ist ein interessantes Gedankenspiel. Es hilft dir nämlich herauszufinden, was du vielleicht schon lange als selbstverständlich betrachtest. Nimm mal irgendwas Alltägliches, wie zum Beispiel deine Familie, deine Wohnung, Haushaltsgegenstände, Klamotten oder die demokratische Regierung in diesem Land. Vergiss mal für einen kurzen Augenblick, dass diese ganzen Dinge natürlich auch nicht perfekt sind. Aber stell dir mal vor, was würde passieren, wenn du es nicht mehr hättest, wenn du in einem nicht-demokratischen Land leben würdest, sondern vielleicht in einer Diktatur? Was wäre, wenn du keine Wohnung mehr hättest, sondern auf der Straße leben würdest? Oder wenn du keine Familie mehr hättest, sondern alleine wärst? Wenn du zum Beispiel kein sauberes Wasser hättest? Oder wenn es keine Waschmaschinen gäbe, was echt katastrophal wäre, in meinen Augen? Lass deine Fantasie ein bisschen spielen. Und so richtest du automatisch den Blick von dem, was für dich selbstverständlich erscheint, wieder auf das, dass du es bewusst wahrnimmst und dass du bewusst Dankbarkeit dafür kultivierst. Das Zweite, was ich gerne mache, ich wache morgens auf mit der Hand auf meinem Herzen und bin für drei bis fünf Dinge in meinem Leben dankbar. Das können ganz einfache Dinge sein, zum Beispiel, dass mein Sohn neben mir liegt und munter vor sich hinschnurchelt. Das kann sein, dass ich dankbar bin für meinen gesunden Körper. Es kann sein, dass ich dankbar bin für mein Bett, für meine Wohnung, wofür auch immer. Und das kultiviere ich morgens, aber auch abends, wenn ich ins Bett gehe. Dann denke ich über den Tag nach und freue mich über die Dinge, für die ich wirklich dankbar war an dem Tag. Und man findet immer welche. Und wenn es Kleinigkeiten sind, eigentlich, je mehr man es praktiziert, entdeckt man immer mehr Dinge, für die man dankbar ist. Und so richtet sich der Fokus nach und nach automatisch auf die Dinge, die dich wirklich auch zu einem glücklichen Menschen machen. Ein weiterer Tipp von mir für dich ist, dass du kultivieren kannst, öfter Danke im Alltag zu sagen. Jemand lässt dich an der Kasse vor oder hält dir die Tür auf. Ein Autofahrer wartet, damit du über die Straße kannst. Ein Kellner, Kellnerin ist super nett zu dir. Also es sind ganz banale Situationen, aber die kannst du als Gelegenheit nutzen, um wahrzunehmen, wie oft du im Alltag eigentlich Danke sagen kannst zu völlig wildfremden Menschen. Und das richtet auch den Blick stärker auf Menschen, die, ja, positiv sind, die dir positive Energie bringen, auch wenn es vielleicht Kleinigkeiten sind. Aber das shiftet deinen Fokus sofort. Gerade in so einer Stadt, aus der ich komme, aus Berlin, wo, ja, viele so motzige Großstädter sind, ist es immer wieder schön zu sehen, wie viele freundliche und nette Menschen es tatsächlich gibt. Eine weitere klassische Methode, Dankbarkeit in seinem Alltag zu etablieren, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Du kannst es direkt neben dein Bett legen und zum Beispiel, einfach um den Effekt zu verstärken, jeden Abend fünf Dinge aufschreiben, für die du dankbar warst. Du kannst es natürlich auch seltener machen, ich empfehle es jedoch täglich zu machen, denn durch das tägliche Verankern des Dankbarkeitsrituals wird es viel, viel effektiver in deinem Alltag wirken. Das heißt, du wirst viel schneller positive Resultate, positive Ergebnisse entdecken. Und jetzt habe ich noch ein kleines Gimmick für all diejenigen, die Dankbarkeit vielleicht noch nicht so richtig in ihrem Alltag etabliert haben oder sich vielleicht jetzt gerade fragen, na ja, was soll das denn, verstehe ich irgendwie nicht. Dann würde ich dir vorschlagen, ein Schwarzseher-Szenario dir auszumalen. Denn manchmal fällt es schwer, Dinge zu finden, für die du dankbar sein kannst, weil du einfach keine Übung darin hast. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Deswegen lass uns doch mal jetzt ein Gedankenspiel spielen. Geh es doch mal ganz andersrum an. Und lass einfach deinen Fokus auf dem Schlechten in deinem Leben. Dabei verwendest du allerdings jetzt einen kleinen Trick. Du überlegst, was noch viel, viel schlimmer hätte kommen können. Zum Beispiel stell dir eine dieser Fragen. Was hätte in deinem Leben bisher alles schiefgehen können? An welchen Punkten in deinem Leben war es? Und was hätte noch viel, viel, viel schlimmer kommen können? Denn welches Unglück hätte passieren können, das in deinem Leben noch nicht passiert ist? Welche Möglichkeiten hätten dir auch verwehrt bleiben können? Finde Momente und Situationen in deinem Leben, wo alles noch viel schlimmer hätte kommen können. Mal sie dir in den buntesten Farben aus. Und erinnere dich, es geht um Dankbarkeit. Und dann kannst du dankbar dafür sein, dass diese Dinge anders eingetroffen sind. Nämlich vielleicht etwas milder, als deine Gedanken dir jetzt gerade quasi vorgegaukelt haben. Und zum Abschluss, das liebe ich ja über alles, dieses Ritual, aus jeder Situation, die mir passiert, die auch nicht so schön ist. Denn natürlich scheint mir die Sonne auch nicht immer aus dem Arsch. Ganz im Gegenteil. Natürlich ist es einfach so, dass ich natürlich auch Momente habe, wo ich verzweifelt bin, traurig bin, wütend bin, ängstlich bin. Ich sehe aber immer in diesen ganzen Situationen das Gute am Schlechten. Und das, finde ich, ist wirklich eine schöne Sache. Denn in jeder Trennung, in jedem Job, den ich nicht mehr habe, frage ich mich, was ist denn das Gute darin in dieser Situation gewesen? Was habe ich gelernt? Was kann ich mitnehmen? Zum Beispiel, dein Job macht dir keinen Spaß. Frage dich trotzdem, was ist denn trotzdem gut daran? Sind die Kollegen nett? Kannst du vielleicht von dem Geld deine Rechnung zahlen? Oder Streitigkeiten in der Familie nerven? Was ist aber gut daran? Vielleicht, dass ihr euch immer wieder schnell vertragen könnt oder dass ihr alle trotzdem in Kontakt seid und dass der Streit euch immer wieder nah zusammenbringt. Zu allem, was du in deinem Leben gerade verbesserungswürdig findest, gibt es mindestens einen Aspekt, der trotzdem gut ist. Also konzentrier dich ganz genau auf diese schönen, guten, wundervollen Aspekte, denn davon gibt es in deinem Leben bestimmt mehr als genug. Und um es nochmal zusammenzufassen, Dankbarkeit ist wirklich ein absoluter Turbo-Booster für ein glückliches Leben. Das erfährst du allerdings nur, wenn du wirklich Dankbarkeit praktizierst und guckst, dass du diese Rituale in deinen Alltag integrierst und dort einbaust. Und du musst nicht alle nehmen, die ich dir hier vorgestellt habe. Es reicht vollkommen, wenn du morgens mit Dankbarkeit in deinem Herzen aufwachst und abends mit Dankbarkeit in deinem Herzen ins Bett gehst. Da schläfst du dann auch mal direkt viel besser und deine Träume werden auch viel netter. Dankbarkeit gibt uns wirklich ganz, ganz viel Lebensfreude zurück, weil wir unseren Fokus auf das konzentrieren und den Fokus in die Richtung lenken, die schon gut ist in unserem Leben. Und das vergessen wir leider in unserem stressigen Alltag viel zu oft. In diesem Sinne, ich wünsche mir für dich, dass du das nicht vergisst. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, komm gerne auf meine Website www.mindfulconnection.de. Ich freue mich sehr auf unser kostenloses Kennenlerngespräch. Das biete ich nämlich an. Und du kannst mich nächste Woche wieder hören bei dem Podcast Mindful Connection. Deine Podcast für eine schöne Welt. Ich bin Alja und ganz lieben Dank, dass du da warst und zugehört hast. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Alles Liebe, deine Alja.